Ich sitze im Reifer. Doni möchte versuchen zu flüchten, und zwar in eine Schildkröte. Dabei dreht er sich auf die Seite. Ich mache ihm ein bisschen Platz. Er geht komplett in die Schildkröte und ich nutze das aus, nehme die Hände unter seiner Achseln, drehe ich auf die Seite und hake die Füße ein zum Rucksack.